Herzlich Willkommen bei den Möbelmachenden Untergrumbach direkt neben Herzbrug im Nürnberger Land in der neuen Showküche aus Fränkischen Rüster, die zusammen mit dem Granit aus Bayern, aus der Nähe von Passau, auch ein Beitrag zur Völkerverständigung ist. Außerdem haben wir unseren ersten Schockfroster, Haushaltsschockfroster von Irinox und machen erste Versuche damit. Das Sägen und Stapeln von 137 Kubikmetern edelsten Hartholz haben wir zu Ostern erfolgreich abgeschlossen und wir laden alle, die dabei waren, aber auch die, die vielleicht im nächsten Jahr uns helfen wollen, ein zum Schlichtfest. Die neuen Massivholzbüchen des Jahres 2016 haben wir zusammen mit den Videos sogar eins aus dem Allgäu auf unsere chronologisch sortierte Homepage wiedergestellt. In unserer Ausstellung erwartet Sie ein neues Schlafzimmer mit Glastüren und anderen Besonderheiten. Wenn das im Jahr 2017 bei unseren Kunden montiert wird, dann brauchen wir wieder ein neues, vielleicht hieres. Geräte beweist im Video, dass auch nicht so riesige Badezimmer dank Massivholz ästhetisch und funktional sind, nur nicht so einfach zu fotografieren. Und für das Foto mit dem Jorisessel haben wir mit der Skyline von Las Vegas ein wenig Glamour nach Untergrumbach gewogelt, auch wenn uns das Original offen gestanden lieber ist. Heike präsentiert im Video ihren neuen Barschrank. Speziell für das Mixen von köstlichen Drinks haben wir ihn mit viel Licht und einigen Finessen ausgestattet. Der fränkische Sommer ist im Rahmen unserer Weltstadt-Tage mit der genialen Musikerin Olivia Trummer und dem Geiger Roland Zettelwhite am 23. Juni zu Gast. Wir haben eine tolle Radio-Sendung des Neustandfunks für Sie, in der Sie die junge Dame sehr persönlich kennenlernen können. Am 24. Juni ist die große Filmgala. Regisseur Michael Rösel und die Fernsehmoderatorin Christina Ringer werden zusammen mit allen Mitstreitern aus der damaligen Herzburger Filmszene für einen tollen Abend zurück. Und wenn Sie Oldtimer aus dieser Zeit haben oder sich so kleiden, dann bekommen Sie auch noch den gemäßigten Eindruck. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Untergrumbach, egal wann. Bitte melden Sie sich für die Filmgala an und bis bald!